Ihr habt eben gesehen, ihr seid wochenlang, also ihr seid jetzt auf Platz 2 der Bravo-Chats, aber ihr wart ja vorher wochenlang die Nummer 1. Ihr habt viele silberne Ottos schon bekommen und vor ein paar Wochen einen goldenen Otto auf der Bravo-Super-Show. Und ihr seid im Moment, also es ist ein mega Hype um euch. Wie erklärt ihr euch das? Warum seid ihr im Moment wieder so erfolgreich? Das ist ja ein Wahnsinn. Wir wissen es auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die anderen Bands keine Platte dieses Jahr rausgebracht haben. Ich weiß nicht, wo es in Amerika geblieben ist. Es liegt daran, dass wir mal zusammenhalten. Das ist da der richtige Geheimnis. Weil wir halten zusammen und deswegen sind wir so stark. Es sind andere Bands, die Männer kriegen Freundinnen und dann haben die keine Lust mehr, dann trinken die und alles. Und dann flicken die aus und dann machen die ein Hotel kaputt und so. Also ich glaube, es liegt daran. Vielleicht ist es auch, weil wir sind so viele Jahre dabei und unsere Fans halten zu uns. Wir hatten erst Gold damals und auch Silber und dann wieder Silber und dann ich glaube Bronze und dann wieder Silber. Und dieses Jahr haben wir Gold. Das ist ja Wahnsinn für uns. Wir waren sehr überrascht, dass wir Gold bekommen haben. Wir hätten nicht gedacht. Wir hätten gedacht, weil wir hatten auch starke Konkurrenten. Und doch wir, die alten Kelly Dinos bei der Bravo, doch dem Gold wieder aufgeräumt. Danke an die Bravo-Lisa. Ja, danke. Das hat mich auch interessiert. Malte, wo hast du dein Otto hingestellt? Ich habe den eigentlich, mein Papa hat es bei sich. Der guckt sich das immer an, weil er selber so erstaunt ist. Er sagt, jeden Morgen? Was bedeutet dieses Goldene Otto auf einmal? Und eigentlich ist es meiner und die anderen sind alle unten im Wohnzimmer. Und meiner liegt bei meinem Vater im Tisch. Er hat einen kleinen Ehrenplatz, muss ich sagen. Wir gucken jetzt mal, ihr wart ja wochenlang auf Platz 1 der Bravo-Charts. Jetzt seid ihr leider Platz 2. Wir gucken mal, wer euch da runtergeschubst hat vom Goldenen Thron. Ich weiß wer. Du weißt wer, wer denn? Ich würde sagen BSB, oder? Die Backstreet Boys. Ja, die süßen Jungs von nebenan. Dann gucken wir mal. Hier, Platz 1 eurer Bravo-Charts. Nee, nicht der Aaron. Der Blonde, Brian. Brian? Der ist ganz süß. Bei den Backstreet Boys ist es ja so, zwei von denen wollen jetzt heiraten. Ach, nein. Wie sieht es denn bei euch aus? Schwebt euch auch schon irgendwie sowas vor? Habt ihr Freunde? Maite, ich habe gehört, du hattest mal einen Ex-Freund, der Ähnlichkeit hatte mit Oli P. Das habe ich in der Bravo gelesen. Nein. Nein, das war halt so, mein Ex-Schwab sah so ähnlich wie Oli P. Ach, er sah nur so aus. Er sah so ähnlich, so ähnlich. Nicht genau. Hast du momentan einen Freund? Früher war das ja immer so ein Geheimnis bei euch, aber jetzt geht ihr ja eigentlich sehr offen damit um, ne? Habe ich einen Freund, Leute? Wir haben einen Freund. Das musst du doch selber wissen. Und trägt irgendjemand sich... Erzähl, Maite, komm. Lass uns wissen. Wir brauchen hier ein bisschen Schweizer. Das ist exklusiv hier. Exklusiv. Kommt bei mir in der Sendung. Ganz frisch. Maite, die haben für dich gebootet, wie sagt man? Gewählt. 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 Jetzt musst du dir auch was zurückgeben. Bravo, Lese, zum ersten Mal. Ich habe einen Freund jetzt erst seit drei Monaten. Ganz frisch, ganz verliebt. Ganz frisch. Ganz frisch. Oh, ich kann das nachfühlen. Ja? Ich kann das nachfühlen. Es ist ganz furchtbar. Ich komme nicht aus dieser Wolke raus. Aber es ist ein schönes Gefühl. Ja. Und ihr seid ja schon ein bisschen älter. Habt ihr so Pläne im Kopf vielleicht? Verloben, verlieben, verheiraten? Habt ihr Freunde? Erzähl, Leute. Heute ist der Tag der Wahrheit. Keine Wolke mehr, schon unten. Ich habe eine langjährige Freundin und alles wunderbar. Ganz gut. Ganz furchtbar süß. Ich stelle mir das ja schwierig vor. Ihr seid so eine Riesenfamilie. Da muss es doch auch schwer sein. Ich meine, ihr habt jetzt alle Freund, Freundinnen, Freunde und so weiter. Aber es muss doch auch schwierig sein, jemanden kennenzulernen. Weil jeder kennt euch. Und dann denken doch die meisten immer, um Gottes willen. So eine Riesenfamilie. Wenn die mich nicht mögen oder so. Wie ist das? Ja, das ist wirklich so. Das stimmt. Das stimmt. Aber dann auch, das ist aber auch ein guter Test. Das ist auch ein Filter, sagen wir so. Wenn einer dich wirklich mag und der will wirklich was mit der, dann schafft er das auch. Und das macht er dann auch mit uns. Ach, der muss doch gar nicht durch die Family. Wir wohnen ja nicht alle immer zusammen. Das war früher vielleicht so, jetzt nicht mehr. Und wie ist das gerade bei den Mädchen? Wenn ihr heiraten würdet, würdet ihr euren Namen Kelly abgeben? Oder würdet ihr ihn behalten? Also, im Momentan schwärme ich nur von Männern. Aber ob ich meinen Namen abgeben würde, ich würde es als Künstlernamen behalten. Also auf jeden Fall meinen Künstlernamen behalten. Und ja, vielleicht als Zweitname. So ein bisschen wie die, wie heißt die Permission? Du machst das auch, ne? Permission D? Ja. So hinten dran hängt den Namen vom Mann. Ja. Also bei mir wäre es ein bisschen schwierig, ein Doppelname. Eni Pfanne Maiklockjes Strich Müller oder so käme, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall Künstlernamen behalten. Ah, du würdest ihn behalten? Weil wir kommen nämlich jetzt zu unserem Bravo Extra. Moderiert wird das Ganze von T7 und ihrem Freund Marvin McKay. Und da geht es um Flirt und Fun. Also da kann man nette Jungs und Mädels kennenlernen. Aha. Ja, und da schauen wir jetzt mal rein. Hier ist unser Bravo Extra Flirt und Fun. Du planst eine Ausstellung zusammen mit Paddy, der auch malt. Also der Paddy hat als Kind sehr viel gemalt. Wir hatten so einen Lehrer, der kam immer zu uns am Mittwoch. Wir haben alle zusammen gemalt. Und ich habe immer weiter gemacht nach so vielen Jahren. Und jetzt auf einmal hat er so einen tollen Bock drauf, ganz viel zu malen. Und er nimmt einen ganzen Tag und macht 20 Bilder an einem Tag. Und er ist einfach verrückt drauf. Er ist wahnsinnig. Er ist wessen, kann man sagen. Ja, der ist auch richtig sehr gut. Und was malt ihr denn? Oder mit was malt ihr? Malt ihr mit Acrylfarben oder mit Stiften oder so? Ein Artist verrät nie seine Geheimnisse. Technik sollte man nie verraten. Weil ich male ja auf Leinwände. Ich male ja gar nicht auf Pappe, sondern ich habe so Leinwände, die ich bemale mit so Acrylfarben. Du bist ja auch Innenausstatterin ausgebildet, oder? Ja, ich habe mal Dekorateur gelernt. Da habe ich ja auch alles Mögliche ausprobiert. Super. Wo plant, wisst ihr denn schon, wo ihr die Ausstellung plant? Wo ihr das machen wollt? Ja, eventuell in Köln. Aber wir sind noch, das ist alles noch, auf jeden Fall, Patty malt viel, Babi auch. Ihr seid fleißig am Produzieren. Produzieren. Das müssen wir erstmal fertig kriegen und dann wir reden mit Leuten und so. Und du produzierst auch fleißig Mode. Ja, also das ist für das, ich muss jetzt noch einen Rückhalt von Geld kriegen, bis ich da... Weil ich habe was ganz tolles. Achso, ja. Ich habe es letzte Woche gesehen, das hast du ja aufgelöst. Genau, die Kelly-Aktion. Und ich konnte nicht glauben, wie viel Reaktion da war. Wahnsinn. Als du nämlich bei mir warst, hat mir ja den Aufruf gemacht, so Styling-Ideen für euch zu schicken, weil ihr wolltet ja so ein neues Image, kann man sagen, haben. Oder irgendwie neue Ideen. Neue Ideen. Neue Ideen. Die kamen aus Polen und aus Frankreich, hier ist auch noch sowas. Und was ich ganz süß fand, hier, ich gebe dir mal das, das dürft ihr natürlich mit nach Hause nehmen, was ich ganz süß fand hier. Wow, voll ist richtig gut. Es wurden richtige kleine Kleider angefertigt. Was? Und das Lustige ist, hier steht Barbie und es sieht irgendwie ein bisschen aus wie dein Kleid, was du anhast, finde ich. Bin ich an den Barbie-Pippen für euch? Ja, und halt Sachen zum Beispiel. Ja, hier, das wäre Maite, das wäre dein Outfit, schwarz mit Gold. Ich übergebe euch einfach mal den Kasten, den dürft ihr mitnehmen. Das ist ein Geschenk von euren Fans. Auf jeden Fall danke für eure Inspiration, das ist wirklich Wahnsinn. Gut gestrichen, also gut gemacht. Das ist Wahnsinn, wie viel Mühe sie sich nehmen. Also die, die das gemacht hat, auf jeden Fall hast du ein super Talent, ruhig weitermachen. Das ist Wahnsinn. Du könntest besser als ich, deswegen hast du bestimmt mehr Chancen als ich. Sie kommt aus Polen. Aus Polen. Wahnsinn. Ich finde das ganz klasse, was da für Einsendungen kam. Wahnsinn. Ja, nehmt es mit nach Hause, nehmt es als Inspiration oder nehmt du es als Inspiration mit. Und ich, ja, die Zeit ist leider schon um und ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und ich habe mich gefreut, dass ihr da wart und dass ich euch kennengelernt habe, so im Gesamten. Okay, ich sage Tschüss und...